Hallo zusammen und herzlich willkommen, Johannes Berling hier. Mercedes-Benz Aktie strebt Richtung Neues, Allzeithoch und ja, genau aus diesem Grund habe ich die Aktie gekauft bzw. nachgekauft, im Übrigen genauso wie unsere Investorenbriefkonten. Warum? Nun dafür gibt es wirklich mehrere gute Gründe, die wir im heutigen Video genau erläutern wollen. Es lohnt sich also definitiv dran zu bleiben. Es ist keine Anlageberatung und dieses Video ersetzt weder eigene Recherche noch professionelle und individuell angepasste Investmentkonsultationen. Bereits zu Corona-Zeit betonte Mercedes-Benz ihre Stellung als Luxusmarke. Aber nicht nur das, man schaffte es tatsächlich im schwierigen Umfeld clevere Entscheidungen zu treffen, die dem Unternehmen nun nach und nach in verschiedenen Segmenten, zum Beispiel auch im Bereich Lieferwagen oder E-Mobilität, zugutekommen. Und ja, nicht nur Tesla ist aktiv im Bereich der E-Mobilität oder beim Ladenetzausbau. Sieben große Autohersteller haben sich zusammengeschlossen, um in Nordamerika ein Schnellladenetz für Elektroautos aufzubauen. Darunter eben auch die deutschen Autobauer BMW und Mercedes-Benz. Bis 2030 strebe man mindestens 30.000 Ladepunkte an und die ersten Stationen sollten bereits im Sommer 2024 in den USA und später auch in Kanada öffnen dürfen. Sofern man entsprechende Ressourcen, Expertise sowie das Wissen besitzt, die wichtigen Informationen und Kursmuster richtig interpretiert, kann man an den Finanzmärkten tatsächlich sehr profitabel sein. Und so hat sich diese Woche ein Setup, also eine Handelsstrategie angeboten, um die Mercedes-Aktie perfekt zu kaufen bzw. nachzukaufen. Als donnerstags die Quartalszahlen, die wir uns noch gleich ansehen werden, veröffentlicht wurden und die Aktie in der allerersten Reaktion kurz abtauchte, wusste man durch entsprechende Analyse und Research ganz genau, dass man jetzt kaufen muss. Denn der Kurs kam genau auf die aus der technischen Analyse-Sicht heraus so wichtige 200-Tages-Linie als gleitenden Durchschnitt auf. Und hier die blaue Linie an der Stelle. Wer also donnerstags das Papier gekauft hat, der durfte sich daraufhin bis zur Schließung der Aktienmärkte am Freitag über satte 7% Gewinn freuen und das auf zwei Tage bei einer wirklich grundsoliden Aktie. An dieser Stelle ist einmal mehr die Investorenbriefdienstleistung zu empfehlen, denn dort bekommt wirklich jeder von euch professionell seriös und ganz genaue Informationen geliefert zu den Ein- und Ausstiegen und zwar auch Intraday. Den Link dazu findet ihr wie gesagt in der Videobeschreibung. Bisher hat der Mercedes mit einem für dieses Jahr leicht sinkendem Gewinn gerechnet, doch die vorher genannten Aspekte machen sich bereits jetzt in der einen oder anderen Form bei den Earnings bemerkbar. Vor allem der Ausblick hält sich weiter auf. Der Autobauer wird nach einem weiteren überraschend gut verlaufenden Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. 2023 rechnet der Konzern nun dank erneut angehobener Aussichten für das Lieferwagengeschäft mit einem Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern auf dem Niveau des Vorjahres. Das teilte das Unternehmen eben diese Woche in Stuttgart mit. All das spiegelt sich letztendlich im technischen Chartbild der Aktie wieder. Das sehen wir uns gleich noch genau an. Aber nicht nur das, auch Fundamentaldaten zeugen von enormer Stärke des Papiers. Hier die Kennzahlen. Das geschätzte Kursbuchwertverhältnis für 2022 liegt bei 5,25 mega stark. Auch das geschätzte Kursbuchwertverhältnis lässt sich wirklich sehen. Und nicht zu vergessen die prognostizierte fast schon sagenhafte Dividende von 7,3%. Das und vieles mehr erwartet euch hier auf diesem Kanal. Also freue ich mich über euer Feedback hier in den Kommentaren. Und abonnieren natürlich nicht vergessen, damit ihr in Zukunft wirklich nichts mehr verpasst. Kommen wir nun zu dem technischen Chartbild. Durchaus längerfristig, also das Big Picture. Hier im Wochenkerzenformat bedeutete jede Kerze entspricht zeitlich gesehen einer Woche. Und wir sehen hier seit Juli 2022 einen Aufwärtstrend, der bis auf den Ausreißer hier im Herbst letzten Jahres wunderbar akzeptiert wurde. Auch mit der letzten Wochenkerze hat man nun perfekt diesen Aufwärtstrend getroffen und vom Auftreffpunkt weg wurde man dynamisch gierig gekauft. Sieht sehr bullisch aus, sieht sehr gut aus. Aber nicht nur das, sondern wie anfangs des Videos gezeigt, eben auch im Tageskerzenformat perfekt die 200 Tageslinien als gleitenden Durchschnitt getroffen und von dort aus abgeprallt. Und das hat aus der technischen Analyse sich daraus schon eine sehr große Bedeutung. Und hier gibt es kurz und knackig zwei Szenarien. Wir wollen die Aktie in nächster Zeit definitiv nicht mehr unter diesem Aufwärtstrend sehen, sonst muss man das Bild neu einordnen und die Aktie vorerst verlassen. So viel zu dem pessimistischen Verlauf, also spätestens hier wirklich unten drunter den Stop-Loss setzen. Aber das ist gar nicht mein bevorzugtes Szenario. Vielmehr erwartet man hier die Bewegung in andere Richtungen, nämlich Richtung Norden und weiter steigende Kurse bis hin zu den neuen Allzeithochs. Von der Projektion her wirklich mindestens 80 Euro für den Anfang. Von dort aus könnte die Aktie zeitlang konsolidieren, kurz korrigieren, ehe man weiter nach oben strebt, Richtung zum Beispiel ca. 100 Euro und Richtung Dreistelligkeit. Von dort aus müsste man das Papier definitiv dann neu bewerten und einordnen. Doch insgesamt sei gesagt, Mercedes-Benz hat fundamental und zahlentechnisch geliefert und das sieht man letztendlich auch im technischen Chartbild, das übergeordnet sehr bullisch aussieht und definitiv Richtung neue Allzeithochs strebt. Das Team und ich bedanken uns herzlich für eure Aufmerksamkeit und freuen uns natürlich euch beim nächsten Video wiederzusehen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und sage bis demnächst, euer Johannes Berling. Bis zum nächsten Mal.